Ja, willkommen zurück bei The Curse of Monkey Island. In der letzten Folge haben wir es ja hier zu diesem Jahrmarkt auf Monkey Island geschafft. Und heute wollen wir versuchen, mit Chucks finstere Pläne zu durchkreuzen und Eläen wieder zu befreien. Äh, deswegen fahren wir jetzt hier mit der Achterbahn bzw. mit der Geisterbahn und jetzt müssen wir hier irgendwo mal aussteigen und mal gucken, was hier alles... Aha, wann muss denn der aussteigen? Jetzt schon? Okay. Das ist ja geil, Brush. Ich bin hier froh darüber, zu den Attraktionen hier zu gehören. Es ist ein Dynamo-Aff-Electric-Wally. Wie geht's? Er sieht so lebensecht aus. Hey, warte mal, das ist ja wirklich Wally. Du kannst auf mich zählen, Wally. Sobald ich LeChuck besiegt, Eläen gerettet und alle Affen freigelassen habe und auf dem Freibeuter-Karussell gefahren bin, komme ich wieder und befreie dich. Es ist eine Nachbildung der Folterkammer in LeChucks Palast aus seinen frühen Zombie-Tagen. Es ist sehr lebensecht. Äh, ich meine todesecht. Es ist eine rustikale Laterne. Muss die mitnehmen? Ah. Flasche mit Öl. Ah, es ist verdammt heiß. Ah, so. Oh. Oh. Ah, Threepwood. Du bist das nur. Hast du Elaine gesehen? Sie sagt, sie wolle nur mal eben ihre Nase pudern. Seitdem habe ich sie nicht gesehen. Ich kann nicht glauben, dass ich schon wieder darauf eingefallen bin. Nun steh still, Junge. Damit ich dich verbrennen kann. Äh, das wollen wir dann doch lieber lassen. Äh, weg mit dir. Verdammt. Autsch. Na los. Jawohl. Okay. Irgendwas basteln. Womit man, LeChuck. Es ist ein mechanischer Herman Toothrod. Es ist ein Diorama, das Monkey Island zeigt, wie es war, als ich zum ersten Mal ankam. Genau. Ich hatte so ein Gefühl, dass der früher oder später auftaucht. Äh, kann ich nicht schnell weg. Ah, du schon wieder. Du bist mit meiner Afterbahn gefahren. Warum bist du nicht in der Lava gekocht worden? Hm. Elaine muss an der Steuerung gespielt und die Strecke umgeleitet haben. Ah, sie würden auch mein Tod sein. Ah. Verflucht noch mal. Ich kann nicht anders, als das Kind zu lieben. Fräß den Flammen tot, Threepwood. Äh, nein. Schnell weg. Au. Na los. Spring. Autsch. Spring. Autsch. Skellion, der vergessliche Gastwirt der Würstchenbude. Genau, so sah der zu Lebzeiten aus. Und das ist doch der Trunkenwolf. Es ist Rum Roger Senior, wie er zu Lebzeiten war. Es ist Rum Roger Senior, wie er zu Lebzeiten war. Aha. Rumfass. Es ist ein ziemlich großes Rumfass. Oh, nochmal ein Rumfass eingesteckt. Was ist es hier sonst, ne? Oh, na, der LeChuck. Dann schnell wieder weg. Oh nein, es ist LeChuck. Alles, Threepwood. Ich bin es. Dein schlimmster Albtraum. Wenn ich mit dir fertig bin, wirst du es noch bereuen, einen Fuß auf Monkey Island gesetzt zu haben. Äh, weg da. Uh. Autsch. Ah, springen. Ah. So, jetzt wollen wir aber hier eine Flasche Öl mitnehmen. Gucken wir mal, ob hier noch irgendwas ist. Hm. Kommt wieder rein. Jetzt kommen wir uns hier mal um. Was es hier auf sich hat. Riesiger Schnee-Afe. Aha. Es ist der schlimmste Albtraum eines jeden Seemanns. Der riesige Yeti. Monkey Island Teil. Nein. 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 Gut. Na gut. Geht's hier weiter? Nee. Na, dann fahren wir weiter. Hier ist noch eine Schiene. Gefallenes Seil. Es ist ein stabiles Stück Seil. Das kann man doch immer brauchen, oder? Es ist ein mechanischer Herman Toothrod. Ein festes Stück Seil. Es ist der verrottende Kapitän aus Herman Toothrods Schiff. Der verrottende Kapitän. Ich hatte so ein Gefühl, dass der früher oder später auftaucht. Der dreikäpfige Affe, oder der LeChuck? LeChuck ist wieder da. Ich werde dich durch diese Achterbahn verfolgen, bis du mein untoter Sklave bist, Sweetwood. Äh. Ja. Weg da. So, jetzt haben wir ja einen Rumpfass. Ich kann gerade nicht auf mein Inventar zugreifen. Da brauchen wir doch mal was basteln. Zu spät zum Aussteigen. Na gut, dann beim nächsten Mal. Dann steigen wir hier nochmal aus. Gefallenes Seil. Es ist mit Öl vollgesaugt und wahrscheinlich leicht entflammbar. Aha. Cool. Jetzt haben wir eine Art explosives Rumpfass. Es ist ein ziemlich großes Rumpfass mit einem Öl getränkten Stück Seil. So, und der Jedi hier hat auch den Arm so komisch gehalten. Als könnte man eben das da drunter klemmen. So. Genau. Jetzt müssen wir es nur noch irgendwie anzünden. Gut. Ja, komm. So. So. Es ist ein Stück Seil, das in Öl getränkt wurde. Kann ich mit dem Seil sprechen, kommt. Da kommt den Chuck vielleicht. Der ist uns ja anzünden. Die lachen. Wollte er eigentlich, dass er... Na gut, wir müssen irgendwie das Seil anzünden lassen. Also fahren wir da nochmal hin. Sehen, ob wir das schaffen. Wahrscheinlich muss ich nach oben ausweichen. Jawolli, wie gesagt, wir befreien dich später mal. Vielleicht. Muss er zu kommen. Mit dem Sprechen. Nein. Ich glaube, der Le Chuck kommt nur, wenn wir unten sind. Dann versuche ich mal, nach oben auszuweichen. Sehen, ob das vielleicht was bringt. Ich lasse mal noch eine Bahn durch. Und da Le Chuck nicht kommt, muss ich mich hier unten hinstellen. Na gut, muss ich mich hier unten hinstellen. Ah, da ist er. So, jetzt aber schnell weg hier. Mist, da kommt er. Ah, und ich werde dich verfolgen, solange es nötig ist, aus dir einen Untoten zu machen. Das riesige Schnee-Erfe. Verdammt. Wieder nicht geklappt. Autsch. Au. Okay, noch eine Runde. Vielleicht können wir ja Le Chuck irgendwie ablenken, dass er nicht mehr so gut zielen kann. Mal sehen, was wir noch im Inventar haben. Wir steigen nochmal beim Schneemännchen aus. Okay. Ja, dann gucken wir mal. So. So, jetzt habe ich Öl. Das muss man einfach mit der Pfeffermühle, oder? So, nur auf Litschak warten. Da muss er ja vielleicht niesen, wenn er ein bisschen Pfeffer abkriegt. Wird ja eigentlich das in der Hand nehmen und dann pusten, aber mit so einem Pfeffermühle ins Gesicht ist auch ein bisschen schwieriges Unterfangen. Ah, da ist er schon wieder. Hä, so gemacht das. Ja, das macht er. Genau, er hat es auf der Hand genommen, wie ich gesagt habe. Hallo Skybrush, geht Dekko. Und das war's zum dritten Mal für Litschak. Oder möglicherweise auch zum vierten Mal, weil er war ja in dieser Folge auch schon mal vernichtet. Also in dieser zwei, in den anderen jeweils einmal. Ach, frisch verheiratet. Und wir winken. Und Lemonhead ist auch dabei. Und Guybrushs meuternde Mannschaft. Mit Huhn. Lauf, Sterblicher. Aber vergiss nicht deinen Erzrache-Gott Murray. Merke dir meine Worte. Ich werde zurückkehren, um dich zu verfolgen. Hörst du mich? Ich werde zurückkehren. Das klingt doch jetzt sehr nach Teil 4. Das ist so unfair. Gut, also. Das war der Fluch von Monkey Island. Der dritte Teil dieser Reihe. Und es gibt bisher noch, sagen wir mal, zwei weitere Teile. Monkey Island 4 war dann der letzte, der von LucasArts, beziehungsweise Lucasfilm Games vorher produziert worden ist, beziehungsweise umgesetzt. Und dann wurde beschlossen, auch Adventures sind doof, die verkaufen sich nicht. Wir machen jetzt nur noch Star Wars Spiele. Die jetzt auch nicht so besonders waren, die sie in letzter Zeit gemacht hatten. Und ja, dann irgendwann haben sie dicht gemacht. Es war eine schöne Zeit mit den Adventures früher. Heutzutage nur noch Nischen da sein, so Adventures. Aber ich habe sie immer gern gespielt. Lassen wir mal den Abspann laufen und gucken mal, ob noch ein weiterer Hinweis auf Teil 4 kommt oder was auch immer. Schauen wir mal. Ich sage aber schon mal jetzt Tschüss. Bis zum nächsten Mal bei einem anderen Spiel. Vielleicht mal wieder was Aktuelleres. Euer Astronir. Macht's gut. Oder kannst du dir ansehen? Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020